Am 17. August verwandeln sich die Trinkhallen des Ruhrgebiets in bunte Kulturstätten. Der Tag der Trinkhallen findet zum vierten Mal statt. Mehr als 200 Künstler treten an über 40 Buden auf. Von 15 bis 22 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Das Event wird von der Brost Stiftung, dem Land NRW und dem Regionalverband Ruhr gefördert. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Ruhrgebiet unsere tollen Seiten zeigen müssen. Wir haben auch ein paar Themen, die manchmal ein bisschen schwieriger sind. Aber das, was hier das Leben ausmacht, das muss auch mal transportiert werden. Das müssen wir erlebbar machen. Und dazu gehört es, im ganzen Ruhrgebiet gibt es so viele Kioske, Trinkhallen, Bütchen. Und die stellen wir jetzt am 17. Nacht in den Mittelpunkt. Und das finde ich einfach toll, dass die ganze Region mitzieht. Das Programm umfasst verschiedene Sparten von Interkultur bis Fußball. Vor zwei Jahren zog die Veranstaltung über 25.000 Besucher an. Auch bundesweit weckt das Event mediales Interesse. Die Trinkhallen sind typische Treffpunkte im Ruhrgebiet. Sie sollen nicht nur die Einwohner, sondern auch Menschen aus ganz Deutschland anziehen. Der Erfolg gibt uns recht. Also der Tag der Trinkhallen seit 2016 ist es einfach ein Event, was, sagen wir mal, die Menschen berührt hier in der Region, was aber auch eben für die Region steht nach außen. Das heißt, das ist ein glaubwürdiges Event, eine glaubwürdige Veranstaltung, die auch viele Menschen von außerhalb mit dem Ruhrgebiet verbinden, und zwar positiv. Deshalb kommen eben auch viele Besucherinnen und Besucher von außerhalb. Und hier in der Region ist es halt total beliebt. Garib Adjar, Inhaberin des Bredeneier-Treffs, ist zum zweiten Mal dabei. Sie kennt ihre Kunden gut und schätzt das miteinander. Sie freut sich sehr auf den Tag der Trinkhallen. Das Programm wird ähnlich wie im Jahr 2022 sein, mit kleinen Verfeinerungen. Die Vorfreude bei den Beteiligten ist groß. Ja, also das Wetter war super, die Musik. Wir hatten zwei tolle Bands hier. Die Leute waren sehr gut drauf. Ich habe ganz viel Essen gehabt, also wir haben gegrillt. Ich habe ganz viele Vorspeisen selbst gemacht. Die bunte Tüten, also der Laden war auf. Die Leute waren einfach sehr gut drauf. Für Kinder hatten wir so ein bisschen Spaß noch. Und jeder war irgendwie glücklich und zufrieden. Und dann bin ich es auch. Trinkhallen als wichtige Treffpunkte für verschiedene Kulturen und Altersgruppen. Sie liegen oft in der Nähe des eigenen Wohnsitzes und sind Orte der sozialen Begegnung. Am 17. August sind auch Fahrradrouten geplant, um mehrere Trinkhallen zu besuchen. Diese Routen sind online auf der Website einsehbar. Der Tag der Trinkhallen zeigt damit also die schöne Seite des Ruhrgebiets. Vielen Dank.